Ich habe schon bereits im Saal zu wenige Male zu fahren, weil der zweite Steine von der Klappe gelassen wird. Der ist schon am Anfang an wirklich voll und gewissig gefahren wie von mir. Machen wir gleich eine, zwei, nein, macht Spass über den da drin. Wir haben circa zwei, drei Fahrten zu hohem Niveau voll drücken. Das ist doch nicht gut, dass wir ein bisschen glücklich fahren.